Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Welche ist die nächste Zahl? 13, 4, 52, 7, 364 und was kommt dann? Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht ein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Schauen wir uns zuerst an, wie wir auf die dritte Zahl kommen. Dazu müssen wir die ersten beiden miteinander mal nehmen und das ergibt die dritte Zahl. Jetzt die beiden Zahlen miteinander mal nehmen, ergibt 364. Doch wie kommen wir von der 13 auf die 4? Dem wir die Quersumme von 13 nehmen. Die Quersumme von 13 ist 1 plus 3, das ergibt 4. Hier das gleiche. Die Quersumme von 52 ist 5 plus 2 ergibt 7. Die Quersumme von 364 ist 3 plus 6 plus 4 und das ergibt 13. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es lösen konntet oder was ihr herausbekommen habt. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Teile niemals durch null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.